Österreich brauche keine Arbeitszeitverkürzung, wie von der Gewerkschaft seit Langem gefordert, sondern eine Arbeitszeitverlängerung. Also ich glaube, wir müssen hier einfach ehrlich sein. 41 Wochenstunden schlägt die Industrie davor und weniger Feiertage. Was lassen Sie ein bisschen an die Feiertage schrauben? Was ja perfekt ist, dass wir da am 1. Mai drüber reden, wo ja frei ist. Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich erhalten wollen, müssen wir wahrscheinlich mehr arbeiten, statt weniger arbeiten. Ja, das ist ja witzigend, dass da wirklich die Menschen einmal frei haben. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Ich bin schon wieder ein bisschen emotional geworden. Ja, ich merke, wenn es ums Geld geht. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Hallo, grüße. Guten Tag. Ja. Heute ist der Tag der Arbeit. Oh. Wären Sie mit einer 40-Stunden-Woche einverstanden. Jawohl. Freundschaft. Was macht man an dem Tag? Nix. Ja. Heute ist nämlich Staatsfeiertag und deswegen sitzt ihr alle zu Hause und könnt euch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und wir sitzen da drinnen im wunderschönen Bergpanorama und reden heute mit euch über Arbeit. Das wird anstrengend scheinbar, ne? Das wird schlimm. Das war ein doch eher überraschender Vorstoß der Industriellenvereinigung. Österreich brauche keine Arbeitszeitverkürzung, wie von der Gewerkschaft seit langem gefordert, sondern eine Arbeitszeitverlängerung. Denn unsere Verfassungsministerin hat den Vorschlag unterstützt, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr arbeiten, vielleicht sogar 41 Stunden die Woche, nicht mehr 40 Stunden die Woche. 41 Wochenstunden schlägt die Industrie davor und weniger Feiertage. Und das nehmen wir heute zum Anlass, über Arbeit grundsätzlich zu sprechen und wie wir unseren Wohlstand sichern können. Auch ÖVP-Ministerin Edtstadler meinte heute im Haus der Industrie, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir eher mehr als weniger arbeiten. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie man das misst und was Wohlstand wirklich ist. Man könnte ja mehr arbeiten. Wir kommen auf 41 Stunden, warten wir gleich 50 Stunden. Geht sicher. Wie gesagt, früher hat man eh 56 Stunden die Woche gearbeitet. Dann hat es sich reduziert auf 48, dann auf 45 und dann auf 40. Bis 1970 waren 45 Stunden pro Woche die Normalarbeitszeit. Der Kampf um die Verkürzung erfolgreich 40 Stunden ab 1975. Wie es uns damit geht, finden wir außer. Die politische Debatte war nicht vorbei. Zu dieser jetzigen Vorstellung, die Arbeitszeit zu verkürzen, gibt es von unserer Seite her ein ganz klares Nein. Wo wir mehr arbeiten können, finden wir auch außer. Ich frage mich. Ich meine, es war ironisch, wenn ich mich meine. Natürlich. Nein, sicher. Ein Schelm ist, wer was Böses denkt. Bevor wir uns jetzt auf das Thema der Woche stürzen, dürfen wir uns bei unserer Community bedanken, die uns wieder tatkräftig finanziell unterstützt hat, damit wir hier arbeiten können. Danke an den Michael C., er hat uns geschrieben, Spende. Wir sagen danke, lieber Michael. Dankeschön. Danke auch an die Sandra M., sie schreibt uns auch Spende. Wir sagen danke, liebe Sandra. Danke. Danke auch an den Wolfgang S., er hat uns geschrieben, wie im Clip 117, beste Aufarbeitung. Demokratie, liberale Demokratie, wo die Rechte des einzelnen Menschen, des Individuums auch ausreichend geschützt sind, wo Minderheiten ausreichend vor der allfälligen Willkür der Mehrheit geschützt sind, das ist für mich eigentlich die ideale Staatsform. Was ist das Gegenteil? Diktatur? Soll ich mir von jemandem vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe? Ja, da hat er recht. Sicher. Danke. Herzlichen Dank. Die ganze Vorschauung mal. Möglich. Ich lasse mir ja nichts vorschreiben. Vor der Mehrheit. Das ist Demokratie. Dass zwei Drittel der Gesellschaft, die sozusagen alles richtig gemacht haben, jetzt in einen Lockdown wandern sollten, wegen einem Drittel, die zaudern, zögern oder Fake News aufsitzen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Danke auch an die Christine K., sie hat uns wieder geschrieben, damit es weitergeht. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ein großes Danke an den Adelhorst, der uns gespendet hat mit Spende Adelhorst, damit es weitergeht. Zwicker Smiley. Danke, Adelhorst. Herzlichen Dank. Danke auch an den Wolfgang S., er hat uns geschrieben, alternative Giz. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Danke. Wir werden dem ORF Bescheid sagen. Falls Sie Teenager kennen, dann kennen Sie ziemlich sicher auch das Wort Cringe. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann blende ich euch ein, wo das geht und wie das geht. Uns unterstützt aber auch ein Abonnement, ein Kommentar unter unserem Video, ein Like oder wenn ihr diese Sendung jemandem weiterschickt, der uns doch nicht kennt. Und vielleicht sogar kennenlernen will. Zwar nicht persönlich, aber digital. Ich bin ein lieber Tiger und in der Liebe Bundesliga. Uns unterstützt aber auch, wenn ihr in unserer Videobeschreibung unseren Merch-Link anklickt und euch vielleicht für ein Kapperl, ein Taschenlein, ein Sackerl oder ähnliches entscheidet. Das wäre sehr schön. Das würde uns sehr freuen. Ich will es nicht ein bisschen scheißen gehen. Nee, danke. Und somit kommen wir zum Thema der Woche. Arbeit. Hakeln. Schöpfen. Roboti. Roboti. Heute am 1. Mai. Ja. Denn unsere Verfassungsministerin hat einen schlanken Fuß gemacht, indem sie uns von ihrem Pult aus bei der Industriellen Vereinigung ausrichtet, dass mehr Arbeit wichtig wäre für unseren Wohlstand. Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich erhalten wollen, dann müssen wir wahrscheinlich mehr arbeiten, statt weniger arbeiten. Wer ist uns? Das ist die Frage. Ich glaube, sie geht von den Politikern aus oder der Politik, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es mir recht viel bringt, wenn ich mehr arbeite. 50 Prozent mehr Arbeit bedeutet eben nicht automatisch auch 50 Prozent mehr Gehalt. Das haben wir schon vor einem Jahr Ihnen gezeigt. Da hat sich nicht wirklich was verändert. Wenn in Österreich jemand mit einer Teilzeitstelle 50 Prozent mehr arbeitet, bekommt er oder sie nämlich nur rund 32 Prozent mehr ins Börserlohn. Weiß ich jetzt nicht, ob die 41 Wochenstunde uns jetzt mehr oder weniger bringen würde. Ja, wenn du mehr arbeitest, verdienst mehr, musst mehr Steuern zahlen und dann geht das ins Sozialsystem und dann ist es für alle gut. Genau. So wird uns erklärt, oder? Genau. Außerdem wird uns erklärt, dass Leistung sich lohnen muss, aber halt auch nur von Menschen, die halt, wie soll ich sagen, von der Leistungsbegriff ein bisschen dämbar ist. Also, ich glaube, wir müssen hier einfach ehrlich sein. Darf ich eine unvorbereitete Frage stellen? Ich bitte dich. Was feiert man am Tag der Arbeit eigentlich? Die Arbeit. Die Geschichte des Tags der Arbeit beginnt am 1. Mai 1886 in den USA. Ja, was ist die Arbeit? Das muss ja irgendwo irgendeine Partei, irgendwo haben wir gesagt, komm so, das ist wichtig, dass wir das feiern. Arbeiterinnen und Arbeiter protestieren gegen die schlechten Bedingungen in den Fabriken. Oder, dass man da jetzt auf die Arbeit schaut und deswegen gibt es den Tag der Arbeit. Da wird es ja auch irgendwie darum gegangen sein, oder? Dass man die Angestellten schützt irgendwie, oder? Dass man da versichert ist. Sie fordern an einer Demonstration, dass an einem Arbeitstag nur noch acht Stunden lang gearbeitet werden soll. Ich glaube, es ist tatsächlich um sowas wie Arbeitsrechte gegangen, aber danke für die Frage. Es unterstreicht auch, wie vorbereitet wir in diesen Feiertag hineinschauen. Die Demonstration endet mit Gewalt und es sterben sogar Menschen. Um jedes Jahr an die Opfer zu erinnern, wird der 1. Mai zum Kampftag der Arbeiter ernannt. Aber was soll man denn machen? Ihr könnt es uns auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, während wir uns mit ein bisschen Bauchweh diesen Bericht jetzt aus der ZIP anschauen, wo es um Arbeit geht. Und wo auch meine persönliche Lieblingsministerin, die mir in den Albtraum erscheint, auch fuck. Arbeitsrechtliche Konsequenzen. Es wird wahrscheinlich auch möglich sein, jemanden zu kündigen, der nicht geimpft ist. Vielleicht war es die Caroline, was man am Tag der Arbeit feiert. Die Caro, wie es uns sagen. Mit einer gesetzlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden pro Woche liegt Österreich an sich über dem Schnitt der Eurozone. Umgerechnet auf ein Jahr wären das rund 2.000 Arbeitsstunden. Aber durch 25 Tage Urlaubsanspruch und elf gesetzliche Feiertage ist die tatsächliche Arbeitszeit bei uns deutlich geringer. Immer noch etwas höher als im Euroschnitt oder in Deutschland. Deutlich höher als etwa in Frankreich. Und was seid ihr? Wir sind Franzosen. Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Du bescheuerter König. Was hast du da in England zu suchen? Wir bohren nach Leinöl, du T-Top. Aber auch deutlich niedriger als in Estland. Die Gewerkschaft ist über die gesamte Debatte empört. Gestern fordert die Industriellenvereinigung eine 41-Stunden-Woche. Vor allem für Branchen, die dringend Personal suchen. Nur so könnten der Wohlstand und der Sozialstaat gesichert werden. Heute verweist der Generalsekretär einmal mehr auf die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Betriebe. In solch einer Situation ist es notwendig, auch insgesamt für die Volkswirtschaft, auch das Arbeitsvolumen zu erhöhen. Und das kann man erreichen, indem Menschen mehr arbeiten. Das kann man durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit erreichen, aber natürlich auch, indem mehr Menschen wieder aus der Teilzeit in die Vollzeit wechseln. Unterstützt wird der Vorstoß in Richtung Mehrarbeit von Verfassungsministerin Edt Stadler. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende des ÖVP-Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes. Bei einem Pressetermin mit Industriellen zur Zukunft des Autos, weniger der Arbeit, sagt sie. Sei stets bereit für alle Fragen. Also ich glaube, wir müssen hier einfach ehrlich sein. Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich erhalten wollen, dann müssen wir wahrscheinlich mehr arbeiten, statt weniger arbeiten. Wir haben überall jetzt ganz klar sichtbar den Fachkräftemangel und mit linken Träumereien von 32 Stunden Woche bei gleichzeitig vollem Lohnausgleich wird sie sich nicht ausgehen. Die Gewerkschaft spricht von einer jenseitigen Forderung der Industriellen Vereinigung. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim von einem nächsten Anschlag auf ArbeitnehmerInnen. In der SPÖ wirbt man schon länger für eine Arbeitszeitverkürzung und eine Viertagewoche. Ich finde es geil, wenn die Edstadt am ersten Satz sagt, da muss man jetzt ehrlich sein. Das ist nicht mehr der Moment, wo ich ausschalten würde im Fernsehen. Wenn Sie die Geschichte glauben, liegen Sie leider falsch. Da kann man ja froh sein, dass man nur ausschaltet und nicht versucht, den Fernseher vom Kassel runterzuwerfen. Weil wenn eine Politikerin wie Sie, die jetzt nicht die beste Bilanz hat, sagt, da müssen wir jetzt schon ehrlich sein. Wenn ich meinen Wohlstand erhalten will, dann müsst ihr auf jeden Fall mehr arbeiten. Leider nicht. Es ist Unfug. Weil die Tatsache, dass die Industriellen Vereinigung so etwas sagt wie, wir können es jetzt nur schaffen, wenn ihr jetzt mehr arbeitet. In solch einer Situation ist es notwendig, auch insgesamt für die Volkswirtschaft, auch das Arbeitsvolumen zu erhöhen. Was heißt denn das dann? Was ist der Wert von mehr Arbeit? Das ist die große Frage. Weil der Tag hat 24 Stunden, der Mensch hat einen gewissen, ich sage mal so, Kontingent an Energie. Und wenn ich jetzt mehr hacke, wer verdient da jetzt mehr? Wer hat da jetzt mehr davon, außer der österreichische Staat, der Steuern einhebt? Das ist meine ganz ehrliche Frage, weil man muss jetzt auch ehrlich sein. Also ich glaube, wir müssen hier einfach ehrlich sein. Ganz ehrlich. Ja, man sollte auch ehrlich sein. Weil ein Lehrer, der eine Viertelstunde länger arbeitet am Tag, hat nicht einen Schüler mehr dadurch zum Betreuen. Hä? Oder ein Priester, der eine Stunde mehr arbeitet, hat jetzt nicht ein Gebet mehr. Dank sei Gott dem Herrn. Aber das wollte ich dich eh fragen. Man tut so, als wäre jeder Beruf gleich. Deswegen ist es für mich eine Showpolitik schon wieder. Oder eine Pseudofrage. Es ist eine Pseudofrage. Weil es ist schon ein Unterschied, ob du im Büro sitzt und einen Bürotschaub hast und 41 Stunden älterst. Oder du, ich weiß nicht, bist an der Kasse. Ganz kurze Frage. Fühlen Sie auch knackwatschen? Knackwatschen? Knackwatschen. Ja, freilich. Kleine und große haben wir. Ja? Weil das sind nämlich auch oft so, wenn man die Diskussionen hört, so, das reicht mir halt eine Stunde länger. Kleine fünf, große zehn. Dann hätte ich gern zwei kleine, bitte. Ja, nein, im Büro geht's. Weißt du, gehst du mal einen Kaffee trinken? Du trinkst, lass dir mal ein paar Kaffee aufhalten, gehst dreimal aufs Klo und dann ist die Stunde eh vorbei. Aber das kannst du bei gewissen Berufen nicht machen. Und das Lustige ist, wenn ich dann darüber nachdenke, an der Kasse stehen zum Beispiel, die Stunde länger, das wäre ein Unterschied für einen Menschen, der dort arbeitet. Könnte ich es gleich haben? Ja, natürlich. Bitteschön. Könntest du dich kurz rumdrehen? Ah! Ah! Aber du kriegst ja auch nicht über einen 40-Stunden-Job. Das kommt mir noch dazu. Deswegen ist diese Frage, ja, politische Aufregung oder wieder Wahlkampfthema oder so irgendwas. Danke. Wiederschauen. Naja, es ist natürlich auch wieder eine, vielleicht nicht ganz freiwillige, aber billige Art und Weise, wieder in die Nachrichten zu kommen, weil man halt jetzt auch jemanden hat, der über dieses Thema spricht und halt die Edstadtle Gesichter jetzt in die Kamera hält, was dieses Thema angeht. Sei stets bereit für alle Fragen. Aber es ist halt so weit von der Realität entfernt, weil wenn es jetzt Betriebe gibt, wo Leute fehlen und die Antwort der Politik ist, da müsst ihr aber auch ein bisschen mehr hacken, dann könnt ihr die Person, die fehlen, ausgleichen. Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich erhalten wollen, dann müssen wir wahrscheinlich mehr arbeiten, statt weniger arbeiten. Dieses Wort Fachkräftemangel ist ja auch wieder sowas, was mich so ansiebt. Wir haben überall jetzt ganz klar sichtbar den Fachkräftemangel. Weil man so tut als, ja, du gibst halt keine Menschen scheinbar, entweder sind sie zu faul und wollen nicht arbeiten oder sie waren so faul in ihrer Jugend, dass sie sich nicht ausbilden haben lassen und deswegen gibt es einen Fachkräftemangel. Oder liegt es vielleicht daran, dass man diesen Scheißjob einfach nicht mehr machen will? Also, ich glaube, wir müssen hier einfach ehrlich sein. Zum Beispiel, weil du musst es immer so sagen, wenn du jetzt sagst, ich verpflichte mich jetzt Vollzeit, 40 Stunden in der Woche meiner Lebenszeit in die Arbeit zu investieren, dann muss das, also das ist hoffentlich ein Job, der dir taugt, weißt? Und wenn es dir aber nur ums Geld geht, dann wird es schon schwierig zu sagen, ja, das mache ich jetzt trotzdem, weil, weißt du, ich lebe zwar nur einmal, aber ich lebe ja für die Arbeit, für sonst nichts. Das heißt, wenn ich jetzt Betreuungspflichten bei meinen Kindern hätte, gehe ich lieber diesem Wunsch unserer Edstadler nach und sage so, okay, ich ertränke meine Kinder jetzt im Brunnen und gehe dafür ein bisschen mehr arbeiten, weil die wollen ständig irgendwas, die haben einen Hunger, die wollen umgezogen werden, die wollen gewaschen werden. Das hat überhaupt keinen Sinn, das macht überhaupt keinen Spaß. Mehr Arbeiten, ganz, ganz klar. Ja, ich meine gut, das kann man darauf an, wenn du fragst, wenn du die ÖVP fragst, ist klar, dass du so eine Antwort kriegst, auch die Industriellenvereinigung. Und ich sage ja, mehr Menschen können halt aus der Teilzeit wieder zurück. Das kann man durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit erreichen, aber natürlich auch, indem mehr Menschen wieder aus der Teilzeit in die Vollzeit wechseln. Ja, wie stellen Sie diese Menschen, die Industriellenvereinigung, diese Menschen vor, die da arbeiten? Ja, die glauben ja. Dass sie sagen, ja, ich habe aber keinen Bock, ich gehe Teilzeit und dann liege ich daheim nur, um und darum liege ich nur in der Hängematten. Genau. Und wenn man dann sieht, dass der Wohlstand sinkt, dass die Leute in der Hängematten dann denken, ah, weißt du was, ich gehe jetzt wieder zurück in die 40 Stunden mache von der Teilzeit, ich glaube, das denkt er sich. Und das kann man erreichen, indem Menschen mehr arbeiten. Ja, aber jetzt hast du was Spannendes gesagt. Und dann sieht man, dass der Wohlstand sinkt. Wenn ich es jetzt in meinem Leben hinbekommen würde, vier Tage die Woche zu arbeiten, ja, weil es sich einfach mit der Kohle so ausgeht, dann ist ja nicht mein Wohlstand gesunken, sondern meine Lebensqualität ist gestiegen, dadurch, dass ich weniger arbeite, weil ich auch weniger arbeiten muss. Das Einzige, was sinkt, sind die Steuereinnahmen. Und zwar immens. Von 100 Euro, die sie durch Arbeit verdienen, zahlen sie circa 40 Euro in Steuern und Abgaben. Wenn sie hingegen Milliardär sind und sie verdienen 100 Euro, dann zahlen sie irgendwas zwischen 20 und 25 Euro. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas anders gemacht ist, außer Steuereinnahmen. Ja, aber Steuereinnahmen sind ja wichtig. Damit man sie zahlen müssen. Erstens die Politiker, ja, und falls wieder so eine Pandemie kommt, ja, muss man ja wieder vier, fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, ja, um die Maßnahmen zu zahlen. Bisher hat die Covid-19-Finanzierungsagentur 15,3 Milliarden an Zuschüssen vergeben und rund 3,5 Milliarden an Garantien- und Haftungsübernahmen, also insgesamt 18,8 Milliarden Euro. Das darfst du nicht vergessen. Natürlich. Also, nein. Es sind die letzten regulären Befragungstage im Kofag-Untersuchungsausschuss. Hier wollen SPÖ und FPÖ der Frage nachgehen, ob es eine Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder gibt. Eine weitere Sonderbehandlung ist bekanntermaßen das Firmenkonstrukt des Herrn Benko. Dieses Konstrukt hat insgesamt 18,7 Millionen Euro aus der Kofag erhalten. Und dabei gibt es auch hier eine von der EU-Kommission vorgegebene Obergrenze für Firmenverbände in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Dass ich an das nicht denke, ist sowieso illegal. Das ist ja, weißt du, ich sollte eines Landes verwiesen werden mit so einer Meinung. Es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Theoretisch natürlich. Und das Schöne ist ja auch das, wenn jemand, der da vor die Kamera darf, so tut, als wäre es einfach von Teilzeit in Vollzeit zurückzukommen, zum Beispiel, weil man Mutter ist zum Beispiel oder weil man auch als Mann quasi Kinder hat oder weil man vielleicht Betreuungspflichten hat, weil die Oma krank ist oder weil irgendwie die Eltern zum Pflegen sind oder was auch immer, ja, dann dann die Leute halt immer so, ja, die sind nur faule Menschen, die einfach nicht Vollzeit arbeiten wollen. Und ich denke mir so, ja, oder es gibt einfach viele Leute, die neben einem Arbeiten noch was anderes machen müssen und deswegen das nicht machen können. Und da vielleicht auch vielleicht sowas wie eine Lücke entsteht, weißt du? Ja. Der Wirtschaftsforster hingegen bezeichnet die Verkürzung der Arbeitszeit als Erfolgsgeschichte. Sie zeige, dass produktiver gearbeitet werde und dass mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Also Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, ältere Menschen, Menschen mit Betreuungspflichten und diese Menschen können natürlich nicht so viel arbeiten wie der Durchschnitt und das drückt den Durchschnitt etwas. Aber insofern ist es nicht so, dass sinkende Arbeitsstunden ein Zeichen einer schlecht funktionierenden Ökonomie sind, sondern eigentlich das Gegenteil. Es kann ja sein, dass ganz viele Frauen ihre Eltern pflegen müssen, weil die halt einfach sie eine Pflegerin aus dem Ausland nicht leisten können, deswegen können sie weniger arbeiten und dann kommt irgendeine Ministerin und sagt, naja, das ist aber schon scheiße. Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich erhalten wollen, dann müssen wir wahrscheinlich mehr arbeiten, statt weniger arbeiten. Natürlich, das ist frech von den Ministern und frech von solchen Menschen, das zu behaupten, ja, eben, dass die auf der fallen Haut liegen. Und mit linken Träumereien von 32 Stunden Woche bei gleichzeitig vollem Lohnausgleich wird sie sich nicht ausgehen. Kannst ein paar Wochen berabern, verstehst du, da kriegst du den letzten Edge und da kannst die Aufhänger. Kannst stimmen, Ficke, stimmen! Aber es darf ja auch erlaubt sein, so wie du vorher gesagt hast, dass ich sage, ich arbeite nur Teilzeit für meine Lebensqualität. Das ist so ein bisschen egoistisch vielleicht. Ja, aber für wen egoistisch? Bin ich für die zuständig? Also jetzt nicht, ich weiß schon, wir sind ja nicht nur in der Firma, aber bin ich jetzt dafür zuständig, dass diese Person genug Steuern einnimmt durch meine Arbeit? Auf die Scheiße heute, ehrlich gesagt. Das ist das Arge. Wenn du mir sagst, den Finanzminister fragen, wie viel Geld braucht man, dass es uns allen gut geht. Ja, der Finanzminister hat letztens in irgendeinem wunderbaren Sendungsformat vom ORF gesagt, wenn die Menschen, die jetzt in Pension gehen, nur einen Monat quasi länger arbeiten würden, bevor sie in Pension gingen, dann wird sich der österreichische Staat 200 Millionen Euro sparen. Wenn es um die Ausgaben geht, dann haben auch die Pensionen einen sehr, sehr großen Brocken im Budget. Ein Viertel rinnt hier in Pensionsausgaben. Man muss sich schon überlegen, und da sind wir auch dabei, wie wir diese Kosten reduzieren können. Beispielsweise späteres Antreten der Pension, auch da nur eine Zahl, ein Monat heranführendes Faktischen und das Gesetzliche würden 200 Millionen Euro Entlastung pro Jahr mit sich bringen. Also da sieht man schon, wie das Volumen ist. Und ich denke mir nur so, vielleicht holst du einfach die Pappen. Nein. Was? Also es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ein Schelm ist, wer was Böses denkt. Aber trotzdem, ich denke mir einfach nur so, du gehst jahrelang hacken, kriegst dann eine Pension und dann sagt der Finanzminister, aber wenn wir jetzt alle zusammenhalten, dann kann ich mir richtig viel Geld sparen, das ich dann wieder verteilen kann, wie ich will, wo ihr kein Mitspracherecht habt. Laut SPÖ hat die Kofag eine Milliarde mehr an Steuergeldern an Konzerne ausbezahlt, als sie laut EU-Wettbewerbsrecht hätte dürfen. Dass man beim zweiten Fixkostenzuschuss von der Konzernbetrachtung abgegangen ist, hat Konzerne klar bevorzugt, wie auch ein Finanzbeamter im Zuge der Befragung eingesteht. Ein Konzern, der über viele Einzelbetriebe organisiert war, konnte für jeden dieser Betriebe eine Förderung abrufen. Weil von einer österreichischen Volkspartei Ideen zu hören, die sich nach einem kommunistischen System anhören, macht mir zum Beispiel wieder ein schlechtes Gewissen, weil man denkt so, vielleicht habe ich jetzt falsch aufgepasst in der Schule. Ich meine auch, das sind diejenigen, die immer gegen die Kommunisten wettern. Wer die kommunistischen Ideen nicht ein Grundeinkommen für alle? Ja, dann geht ja gar keiner mehr hacken. Das glauben sie, ja. Ich weiß nicht, ich glaube schon teilweise, ja, an dem es mir vorwirft, aber ich glaube an das Gute, die Menschen. Da gibt es jetzt sicher nichts blöd zum Lachen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat, dass jeder gern eine Aufgabe hat und gebraucht wird. Ja, das ist ja das Geilste. Die Industriellenvereinigung Niederösterreich sagt ja, die SPÖ soll endlich damit aufhören zu sorgen, dass Arbeit krank macht. Und ich glaube, man sollte auch den Leuten nicht immer einreden, dass Arbeiten krank macht, weil das sehe ich nicht so. Arbeit ist Spaß, Arbeit ist eine Aufgabe fürs Leben und Arbeit und Leistung macht auch, was das ist, das macht glücklich. Wir sehen auf der ganzen Welt, dass gerade junge Leute eine Freude haben an der Leistung, sich was aufzubauen und ich glaube eher, dass Arbeitslosigkeit krank macht und dass Arbeit etwas sinnstiefend ist und dass Leistung was Schönes und Erstrebenswertes ist. Und ich denke mal so, ja schon. In welchem Verhältnis kommt noch an? Wenn wir alle gleich wären, wenn wir alle die gleichen Job hätten, dann können wir jetzt sagen, es ist so oder es ist so. Es ist aber nicht so. Es ist nicht so. Ich brauche mehr Details. Weil was nämlich auch noch dazu kommt, ist, dass ja in diesem Vorschlag auch drinnen war, wir brauchen auch, wir müssen über die Feiertage nachdenken, weil in Österreich gibt es nämlich elf Feiertage und in Deutschland gibt es nur neun Feiertage und wir müssen ja international da ein bisschen kompetitiv bleiben, weißt, Wettbewerb. Wir müssen diskutieren, wie wir international vergleichbar sind. In Deutschland gibt es einige Feiertage weniger, da gibt es auch niemanden, der die 32-Stunden-Woche fordert. Ich glaube, die stärkste Forderung auf der Seite dort der SPD ist 35 Stunden und dort ist es genauso. Weil Sie erst die Vier-Tage-Woche angesprochen haben, die deutsche Industrie ist verzweifelt Aber bleiben wir jetzt einmal bei den Feiertagen. Hätten Sie auch gern nur neun? Hätte ich gerne. Wir, es geht nicht, was wir gerne hätten, sondern was wir uns leisten können, damit wir international noch weiter mithalten können, damit wir Arbeitsplätze in Österreich schaffen können, damit wir den Wohlstand erhalten. Was, was, lass uns ein bisschen an die Feiertage schrauben. Was ja perfekt ist, damit, dass wir da am 1. Mai drüber reden, wo ja frei ist. Ja, das ist ja witzend, dass da wirklich die Menschen einmal frei haben. Sie können Gedanken lesen. Entschuldigung. Weil nämlich da auch wieder dazukommt, dass wir wieder so dann als wären, hätten alle die gleichen Feiertage. Aber wenn du in die Pflege oder in den Tourismus schaust, weil Pfleger und Pflegerinnen kriegen ja überhaupt keinen Feiertag. Nun, da sehen wir, sehen viele Pflegende wahrscheinlich mit einer gewissen Entspannung, weil, ja, sie, die Pflege bei den Feiertagen arbeitet wie an einem normalen Tag und es nach wie vor auch noch Träger gibt, die die Feiertage nicht herausrechnen. Die dürfen einfach hakeln, also bei denen gibt es das einfach nicht. Was unterm Strich bedeutet, dass Pflegepersonen um zwölf Tage mehr arbeiten als der Durchschnittsösterreicher. Also so etwas wie Fenstertage etc. kennt man nicht und das ist natürlich auch etwas, was nicht tragbar ist. Weil das einfach ein Dienst ist, weißt du, das sind Dienste, da gibt es jetzt so, naja, du kannst entscheiden, entweder du hakelst zu Weihnachten oder zu Silvester. Ende. Weißt du, das sind die Dienste. Ist so. Das ist das Leben. Und im Tourismus ist es sowieso so, dass am Feiertag am meisten Geschäft ist und natürlich werden die da auch hakeln müssen. Die können froh sein, wenn sie vielleicht einen Zuschlag kriegen und der ist glaube ich auch abgebaut worden. Bin schon wieder ein bisschen emotional geworden. Ja, ich merke, wenn es ums Geld geht. Ja, wenn es um Steuern und Arbeit geht, da bin ich immer emotional. Da ist der Lukas laut. Ohrschlächer, versteht's im Fernsehen, ob's leicht reden, der Herr Minister, aber sonst ist mir einer wurscht. Aber das Schöne ist, dass unser Kanzler, der Soldatenkanzler Nehammer, das ist der mit dem entspannten Blick und dem festen Händedruck, der hat sich natürlich jetzt wieder dagegen ausgesprochen und hat gesagt, mit ihm gibt's das fix nicht. Und wie ich lese, ich hab's ja noch gar nicht im Original gehört, fix nicht ist abgesagt. Fix nicht, ja, klingt gut, oder? Und andere Politiker und Experten haben sich auch zu diesem Thema geäußert. Das war so nicht gemeint. Das war immer so gemeint. Da werden wir aber am Freitag reinschauen, beziehungsweise da werden wir dann in der nächsten Sendung reinschauen. Damit wir nicht so viel auf einmal machen. Heute ist ja Feiertag. Nicht wahr? Lucky. Teil dir die Arbeit ein. Work-Life-Balance. Ist ein Mythos. Ah! Wir sind selbstständig, was da ist. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und bei den Ferien kannst du haben, wenn du krank bist. Ja gut, Feiertag zuern hat, ja. Wir müssen ja die Community am Laufenden halten. Ja. Es geht ja nicht um den Wohlstand, sondern um Wohlsein. Wohlsein. Mach uns ein Verschnittchen. Mit Ei. Mit Ei und Wurst. Gut, bis zum nächsten Mal. Schönen Feiertag. Alles Gute. Schreibt es uns in die Kommentare, was ihr von diesen wunderbaren Aussagen haltet. Ja, tschüssi. Bis bald. Bis zum zweiten Teil. Und wir sehen uns. Adios. Kannst ein paar Wochen paraben? Verstehst du? Da kriegst du den letzten Edge und da kannst du die Aufhänger. Kannst stimmen, Ficke. Stimpen.